Grüß Gott meine Lieben, ihr wisst, die kalten Wintermonate stehen wieder an. Und dagegen gilt es sich zu wehren. Wie ihr euch vor dem kalten Winter schützen könnt, sage ich euch in einem anderen Video. Aber hier möchte ich sagen, ich fahre jedoch einmal jetzt. Leider ist sich das mit den anderen Videos noch nicht ausgegangen. Jetzt geht es morgen nach Dubrovnik, wie letztes Jahr auch. Und da beginnt wieder eine einwöchige Videoreihe von sehr guten Videos. Ich hoffe, ich habe meinen Schraubenpunkt klar ausgehört. Ja. Das war's.